um sehr jetzt alles viel besser aus für uns aber naja was ich bin doch wieder ich da wäre ich doch gar nicht ich war doch auf dem block leute sowas ist doch scheiße alter schwede das ist so lange habe ich nicht gedacht alles klar schießt doch früher ich wollte nur an ab sondern da hinkommen ist die frage ich renne gegen die wand und sterbe gebt euch das mal warum bin ich jetzt hier gestorben konnte was warum bin ich hier gestorben leute warum bin ich hier gerade gestorben hier ist nichts verpiss dich jetzt die sache ich kann hier durch oh leute da kommt der scalar ich war so froh dass ich unten durchgesprungen bin weil das halt so ein kleiner pixelabstand ist aber naja jetzt komme ich bestimmt immer nur klein darüber skills pflanzen irgendwann sind zu viele pflanzen da muss ich die bohmer müssen nehmen aber er hat mich schon wieder in den tode getanzt die secret access werden nicht mehr auf der map angezeigt sondern man muss jetzt auf der map selber auch erkennen und in superman world gab es ja gab es immer punkte für secret access daja welt drei strich vier wir sind immer noch in der eiswelt ich habe ich im letzten tag noch eingeblendet niemand stirbt ich habe im letzten fall noch eingeblendet wo die zweite starke im schluss falls wir noch sterben wenn ich mir ein pilz ja das bild bildstörungen 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 und es wird bei euch dann auch geleckt haben gerade und deshalb bin ich in den abgrund geraten ich habe nur gesehen wie ich runterfalle da hinten ist doch auch noch einer oder ja der bewegt sich nicht ich habe nicht nach unten gedrückt leute wieder nicht ich habe wieder nicht nach unten gedrückt der level ist jetzt schon ein bisschen lange auf das nervt gerade ja man kann das besseres vorstellen wenn man 400 abonnenten hat nein oh mein gott er hat automatisch eine stammattacke gemacht obwohl ich nach links gerückt habe eigentlich seht mal wenn die sich treffen die balled builds das war nicht geplant wenn die sich ich weiß nicht wie schnell er uns verfolgt denn wir kommen eigentlich ganz gut zurück du solltest nie eine stammtwarte gemacht ich habe gedreht nehmen wir dich nehmen wir dich bin ich ernsthaft jetzt auf den drauf gekommen da unten ist nichts shit ich dachte da unten wäre boden da war auch boden aber nicht da wo ich wo ich hingesprungen bin ein stackern oder den secret exit das wusste ich nicht ähm ich nehme das hier natürlich direkt im anschluss ach genau geil das spiel ich habe gerade mit einem one-up-spiel gerechnet aber ich habe ja vergessen dass ich in ein rotes tothaus gegangen bin das ist geil das ist geil darauf habe ich gewartet das ist noch geiler jetzt mache ich die ganze untere reihe ja 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 das war natürlich episch ohne ende was auch gut war weil es mit dem weil die alten konsolen sns bis gamecube einfach die besten waren da oben wird was sein da oben sagte ich nicht da unten wahrscheinlich müssen wir gleich rechts was für eine star coin ah wer sagt es denn ja ja immerhin sind wir nicht ganz nach unten gefallen komm runter du scheiß ding okay ich will einfach nur einen scheiß pilz krieg mir den doch im ernst wir holen uns erstmal den pilz und schauen nach links oder rechts ob da was ist da wollte ich sogar einen pilz drin das ist eine hand eingeklemmt als ich mir mit der remote auf meine hand mein finger aber egal komm irgendwo witzig den finger ziehen aber das ist ja hat immer mal passieren der level ist krank ist einfach nur krank der level ist richtig krank und auch diesen propeller dreher ist der bescheid naja jetzt geht's bis ok 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 bitte gib mir das ziel das sieht sehr nach dem ziel aus ja 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 die mein ausdruck gerade mein gesichtsausdruck wenn ich ein paar sekunden nichts sage dann ist das die ruhe von dem sturm aber ich halte mich zurück